Moin und Hallo zu einer neuen Folge von Mindset Trader, deinem Weg zu mentaler Stärke im Trading. Ich bin Marta Radovcic, dein Trading Psychologie und Mindset Coach. In diesem Podcast helfe ich dir, deine mentalen Barrieren im Trading zu überwinden, damit du deine Ziele erreichst und entspannt profitabel traden kannst. Heute geht es um das langfristige Denken, speziell im Day Trading. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum ausgerechnet langfristiges Denken im Day Trading, wo es doch darum geht, schnell Entscheidungen zu treffen und Gewinne zu realisieren. Genau hier liegt der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg. Day Trading kann sich leicht zusammen wilden Ritt entwickeln, bei dem du von einer Entscheidung zur nächsten hättest, immer auf der Suche nach dem nächsten großen Gewinn. Aber ohne langfristige Perspektive riskierst du in einem Teufelskreis aus kurzfristigem Denken und emotionalen Entscheidungen gefangen zu bleiben. In dieser Folge geht es ab in die Psychologie des Tradings. Ich zeige dir, warum ein langfristiger Fokus unerlässlich ist. Und du wirst lernen, wie du dir langfristige Ziele setzt und nachhaltige Mindset-Strategien entwickelst, die dich nicht nur heute, sondern auch in Zukunft erfolgreich machen. Dabei werden wir auch auf die häufigsten psychologischen Fallstricke eingehen, die dich davon abhalten, konsistent profitabel traden zu lassen. Wenn du Lust hast auf regelmäßige Impulse zum Thema Trading-Psychologie und Trading-Mindset, dann abonniere jetzt den Podcast, um nichts mehr zu verpassen und lass dabei gerne eine positive Bewertung da. Auf meiner Website mindset-trader.de findest du neben meinem starken Coaching-Angebot zum Thema Trading-Psychologie und Mindset einen qualitativ hochwertigen Free-Content in Form der kostenfreien 5-Tage-Trading-Mindset-Challenge. Schau dir das auf jeden Fall an und jetzt geht's ab in die neue Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Also, let's go! Stell dir vor, es ist ein ganz normaler Morgen. Du hast gerade dein Trading-Desk eingerichtet, deine Charts geöffnet und bist bereit, den Markt zu analysieren. Dein Herz schlägt schneller, die Aufregung steigt. Heute könnte der Tag sein, an dem es richtig gut läuft und du fette Gewinne machst. Du hast ein paar vielversprechende Setups im Blick und deine Finger schweben nervös über die Maus. Doch plötzlich geht alles ganz schnell. Du triffst eine Entscheidung, die sich als falsch herausstellt und bevor du es merkst, hast du eine Verlustposition, die immer größer wird. Deine Emotionen übernehmen die Kontrolle, du fühlst Gier, Angst und vielleicht sogar Verzweiflung. Dieses Szenario ist für viele Trader, ich würde schon sagen leider, alltäglich. Nicht umsonst steht bei den Brokern im Kleingedruckten, 80% aller Kleinanlegerkonten machen Verlust. Und ganz ehrlich, glaube mir, dieser Wert ist von den Brokern schon sehr stark geschönt dargestellt. Die Hektik und diese ständige Notwendigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen, können leicht zu impulsivem Handeln führen. Und genau hier liegt ein ganz großes Problem, besonders im Day Trading und natürlich dann auch noch im Skyping, was dann nochmal eine Schippe drauflegt. Nämlich kurzfristiges Denken und emotionale Reaktionen, die dann im Umkehrschluss dein Trading dominieren. Aber warum passiert das? Gucken wir uns dazu ein paar psychologische Phänomene an. Ein zentraler Faktor ist das sogenannte Fear of Missing Out, auch FOMO, also die Angst, eine großartige Gelegenheit zu verpassen. Du siehst einen schnellen Kursanstieg und fühlst dich gedrängt, sofort einzusteigen aus Angst, dass du sonst einen großen Gewinn verpasst. Diese Emotionen können jedoch dazu führen, dass du unüberlegte Entscheidungen triffst und von deinem Plan abweist. Gleichzeitig spielt natürlich auch die Gier eine große Rolle. Nach ein paar erfolgreichen Trades fühlst du dich unbesiegbar und neigst dazu, mehr Risiko einzugehen, als du solltest. Diese Überheblichkeit führt dann meistens zu Overtrading, bei dem du immer mehr Trades eingehst und dann meist ohne klare Strategie oder ohne klare Setup. Und so erleidest du letztendlich unnötige Verluste. Ein weiteres psychologisches Hindernis ist die Angst vor Verlusten selber. Also du hältst mitunter an verlustreichen Positionen fest, in der Hoffnung, dass sich der Markt wieder zu deinen Gunsten wendet. Diese Verlust-Aversion kann dein Kapital echt ernsthaft gefährden und führt dazu, dass du viel zu große Verluste erleidest, letztendlich viel größer, als es nötig gewesen wäre. Und hier kommt noch einer, nämlich Stress. Der eben dieser Stress, der durch dieses ständige Beobachten der Märkte und durch das schnelle Reagieren auf Preisbewegungen entsteht. Dieser Druck kann dann zu mentaler Erschöpfung führen, die wiederum deine Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt. Langfristig gesehen führt das nicht nur zu schlechteren Trading-Ergebnissen, sondern kann tatsächlich auch zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Kleines Beispiel zur Verdeutlichung. Unser Kollege Trader Tom, ein Daytrader mit drei Jahren Erfahrung im Trading, beginnt seinen Tag früh und verbringt Stunden damit, die Märkte zu analysieren. Er hat bereits einige erfolgreiche Trades hinter sich, doch plötzlich wendet sich das Blatt. Ein unerwartetes Marktereignis führt zu einem schnellen Kursverfall und Tom verliert innerhalb von Minuten einen beträchtlichen Teil seines Kapitals. Frustriert und wütend entscheidet er sich dann, die Verluste sofort wieder gut zu machen und handelt letztlich impulsiv. Am Ende des Tages hat er nicht nur seinen anfänglichen Gewinne wieder abgegeben, was echt schon ärgerlich genug gewesen wäre, sondern schließt den Tag auch noch mit einem fetten Verlust. Diese Geschichte zeigt eindrücklich, wie kurzfristiges Denken und emotionale Reaktionen das Trading negativ beeinflussen können. Und um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist es einfach super wichtig, ein tiefes Verständnis für die psychologischen Mechanismen zu entwickeln, die dein Verhalten im Trading beeinflussen. Indem du lernst, diese Mechanismen zu erkennen und zu kontrollieren, kannst du die Qualität deiner Entscheidung verbessern und langfristig erfolgreicher werden. Um langfristig im Day-Trading und übrigens auch in allen anderen Trading-Arten erfolgreich zu sein, ist es einfach unerlässlich, ein nachhaltiges Mindset zu entwickeln. Börse ist die gnadenlose Begegnung mit uns selbst und die beste Handelsstrategie bringt dir keinen Mehrwert, wenn du sie nicht profitabel umsetzen kannst, weil dein Mindset nicht mitspielt. Der heutige Baustein ist ja das langfristige Mindset. Ein langfristiges Mindset bzw. eine weite Perspektive, langfristiges Mindset hört sich irgendwie so doof an, deswegen sage ich mal weite Perspektive, bedeutet über den Tellerrand der täglichen Schwankungen hinauszuschauen und sich auf kontinuierliche Verbesserung und nachhaltigen Erfolg zu konzentrieren. Eine weite Perspektive hilft dir, emotionale Schwankungen besser zu kontrollieren, Anstatt auf jeden kleinen Marktimpuls zu reagieren, lernst du deine Emotionen zu managen und rationalere Entscheidungen zu treffen. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit von impulsiven Trades, die letztendlich oft zu Verlusten führen, die vermeidbar gewesen wären. Verluste treten immer auf, aber wir müssen unterscheiden zwischen Verlusten, die halt laut Strategie auftreten und Verlusten, die vermeidbar gewesen wären, weil wir letztendlich nicht hundertprozentig korrekt gehandelt haben. Indem du dir Zeit nimmst, deine Emotionen zu analysieren und zu verstehen, kannst du bessere Strategien entwickeln, um mit Stress und Druck umzugehen. Ein weiterer Vorteil, wenn du dich auf eher langfristige Perspektiven konzentrierst, ist die Verbesserung deiner Disziplin. Disziplin ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Trading. Ein langfristiger Ansatz hilft dir, konsistente Handelsregeln zu entwickeln und dann auch einzuhalten. Anstatt dich von kurzfristigen Gewinnen und Verlusten beeinflussen zu lassen, bleibst du fokussiert auf deine Strategie und hältst dich an deinem Plan. Stick to the plan. Das führt zu einer stabileren und vorhersehbareren Performance. Wenn du eine langfristige Perspektive einnimmst, glättest du im Grunde genommen deine emotionalen Schwingungen im Trading. Du kannst dir das so vorstellen wie so ein MA. Je kurzfristiger du den Intervall des MA einstellst, umso spitzer läuft er und je länger der Intervall ist, umso geglätteter verläuft dann auch der MA. Es hilft dir einfach emotional ausgeglichener, disziplinierter und letztlich auch lernbereiter zu werden. Es gibt dir zudem die nötige Resilienz, um mit den unvermeidlichen Höhen und Tiefen des Tradings umzugehen und es ermöglicht dir, kontinuierlich zu wachsen und dich zu verbessern. Seine Perspektive auf einen längerfristigen Zeitraum zu schärfen, hilft dir also zu nachhaltigem Erfolg im Trading. Doch wie genau kannst du es schaffen, diese Denkweise in deinen Alltag zu integrieren? Dazu habe ich dir drei mögliche Strategien mitgebracht. Wenn du dir beim Aufbau deines starken Mindsets Unterstützung wünschst, dann komm einfach mal zu mir ins kostenfreie Erstgespräch. Wir schauen uns deine Lage an und entwickeln in 30 Minuten eine Strategie für dich. Was dir auf jeden Fall hilft, ist das Setzen realistischer und erreichbarer Ziele. Anstatt dich ausschließlich auf kurzfristige Gewinne zu konzentrieren, solltest du dir langfristige Ziele setzen, neben den kurzfristigen natürlich, die dir helfen, nachhaltig zu wachsen. Überleg dir, was du in einem Jahr, in fünf Jahren oder vielleicht sogar in zehn Jahren erreichen möchtest. Diese Ziele sollten nicht nur finanzieller Natur sein, sondern auch deine persönliche und berufliche Entwicklung befassen. Es geht immer um mehr als um Geld. Garantiert. Beispiel, neben dem Ziel, jeden Monat einen bestimmten Geldbetrag zu verdienen, um dein Jahresziel zu erreichen, könntest du dir vornehmen, innerhalb eines Jahres eine bestimmte Anzahl von Trading-Büchern zu lesen oder regelmäßig an Webinaren teilzunehmen, um dein Wissen zu erweitern. Nummer zwei oder quasi Technik Nummer zwei sind Routinen. Routinen sind ein wesentlicher Bestandteil eines langfristigen Mindsets, denn sie helfen dir, diszipliniert und fokussiert zu bleiben, auch wenn die Märkte volatil sind. Entwickle also tägliche Trading-Routinen, die dir helfen, deine Ziele zu verfolgen und deine Trading-Strategien konsequent umzusetzen. Auch hierzu wieder ein Beispiel. Also ein Beispiel für eine gute Routine ist das Führen eines Trading-Tagebuchs. Der Klassiker. Notiere dir jeden Trade, den du machst, einschließlich deiner Gedanken und Gefühle während des Tradings. Das hilft dir, Muster zu erkennen und aus deinen Fehlern zu lernen. Darüber hinaus solltest du regelmäßige Pausen einplanen, um mentale Erschöpfung zu vermeiden und deine Energie aufrechtzuerhalten. Routinen sind wirklich sehr, sehr wichtig für dein Trading und bieten dir eine solide Grundlage für dein Mindset. Rückschläge und Verluste gehören zum Trading einfach dazu. Es ist wichtig, diese nicht als Niederlagen, sondern als Lernmöglichkeiten zu betrachten. Nutze Techniken zur emotionalen Kontrolle, um mit diesen Rückschlägen besser umgehen zu können. Eine effektive Methode, die du dazu anwenden kannst, ist die sogenannte kognitive Umstrukturierung. Wenn du einen Verlust erleidest, dann frag dich, was du daraus lernen kannst und wie du es in Zukunft besser machen kannst, anstatt dich zu ärgern und dich von destruktiven Gedanken überwältigen zu lassen. Ein langfristiges Mindset zu entwickeln, erfordert definitiv Zeit und Engagement, also auch Energie. Aber die Vorteile sind echt enorm. Coaching ist eine Abkürzung, aber du kannst es natürlich auch alleine durchziehen. Du wirst nicht nur disziplinierter und emotional ausgeglichener, sondern auch kontinuierlich besser in deinem Trading. Die Kombination aus realistischen Zielen, festen Routinen, kontinuierlichem Lernen, effektiven Strategien zur emotionalen Kontrolle und einem starken Netzwerk werden dir helfen, langfristig erfolgreich zu sein. Heute haben wir uns echt ausgiebig mit den Herausforderungen des kurzfristigen Denkens beschäftigt. Kurzfristiges Denken kann zu emotionalem Handel, impulsiven Entscheidungen und letztlich zu Verlusten im Trading führen. Du hast gehört, wie FOMO, Gier und auch Angst deinen Handel negativ beeinflussen können und wie wichtig es ist, diese Emotion zu kontrollieren. Anschließend haben wir die Vorteile eines langfristigen Mindsets besprochen. Ein langfristiges Mindset hilft dir, emotionale Kontrolle zu bewahren, diszipliniert zu bleiben und kontinuierlich zu lernen und dich zu verbessern. Und natürlich habe ich dir auch heute wieder einige konkrete Strategien zur Entwicklung eines langfristigen Mindsets vorgestellt. Realistische und erreichbare Ziele setzen, Routinen entwickeln, kontinuierliches Lernen und der Umgang mit Rückschlägen und das Pflegen eines starken Netzwerkes sind essentielle Schritte auf dem Weg zu einem erfolgreichen Trading Mindset. Jetzt bist du dran. Setz dir noch heute langfristige Ziele für dein Trading. Denk darüber nach, wie du deine Routinen verbessern und mehr Disziplin in deinen Alltag integrieren kannst. Such nach Möglichkeiten, kontinuierlich zu lernen und dich weiterzubilden. Und nicht vergessen, Rückschläge und Verluste sind Lernmöglichkeiten, die dich jedes, jedes, jedes Mal stärker machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, ist jetzt ein echt guter Zeitpunkt, den Podcast zu abonnieren und mir eine gute Bewertung dazulassen. Freue ich mich immer sehr drüber und du verpasst auch nichts mehr. Wenn du dein Mindset jetzt aktiv angehen möchtest, findest du alle Details zu meinem Coaching-Programm unter www.mindset-trader.de. Egal ob Trader-Persönlichkeitsanalyse, Coaching oder Mentoring zusammen mit mir, das Programm findet immer im 1 zu 1 Live-Coaching statt, ist also kein sinnloser Videokurs, der verpufft. Es wird immer individuell auf dich ausgerichtet und ist dadurch maximal effizient. Ich freue mich, von dir zu hören und zusammen mit dir deine mentalen Barrieren zu durchbrechen. Mega cool, dass du Teil der Mindset-Trader-Community bist und auch heute wieder bis zum Ende dabei warst. Ich wünsche dir wie immer eine starke Trading-Woche und vor allem Trade Your Mindset.